Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe einen neuen Scooter und den stelle ich euch jetzt vor. Jetzt seht ihr hier die Wheels. Ich zeige euch mal wie sie sich drehen. Chili. Ja und hier ist das andere Rad von vorne. Ich habe sie auch gerade geputzt. Ja und hier seht ihr die Clamp. Ähm ja, so sieht sie aus. Und zum nächsten Schritt. Ich habe den Roller von Köln gekauft im Kalk. Da ist eine Halle und ein Crowster. Apropos, der Roller ist ein C5 von Chili Pros. So, seht ihr den Roller wieder und das war's auch von diesem Video und Tschüss.